Ein besonderes kulturelles Highlight auf Sylt beginnt in diesem Jahr am 4. November, die Voss Winterkonzerte. Bis zum 2. März 2017 finden einmal im Monat die kleinen, aber feinen Konzerte, einmal im Bahnhofsbistro Husum und im Friends Bistro auf der Promenade in Westerland statt. Die 5 Singer-Songwriter aus Großbritannien sind in ihrem Heimatland zum Teil schon sehr bekannt. Pop, Folk und Country bekommen die Konzertbesucher auf die Ohren. Im ruhigeren Sylter Winter, wo generell in kultureller Hinsicht weniger geboten wird, sind die Winterkonzerte eine tolle Möglichkeit, Superkünstler im kleineren Rahmen kennenzulernen, einen guten Abend mit Freunden zu verbringen oder neue Leute kennenzulernen. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.